Chill, ein bisschen Ome. Ehre, ein bisschen Oma. Ja, ein bisschen Omas angucken. Mit der Gilfant ist wieder unterwegs. Zähl dich. Hallo. Привет. Was geht? Привет. Wie geht es dir, Bratan? Kack da. Reingeguckte Schätze an, Junge. Tschüss. Hund. Cooler LED, Digga. Danke, Mann. Alles selbst gemacht. Echt jetzt? Ja, das ist eigentlich nur ein LED-Schlauch. Was fische ich so? Oder ich fische, ähm, Dings, hier. Er ist einfach selbst ein Fisch. Was geht ab, kleiner Mann? Hallo? Ich heiße einfach Werd-Klitschi. Hallo. Und tschüss. Das ist 72, Geschlechtherr. Geschlechtherr oder Geschlechtherr? Was hat er gesagt? Nix. Du bist doch noch nicht mal 18. Ach, echt? Doch, bin ich, bin ich. Herzlichen Glückwunsch. Seid schon ein richtiger Junge aus. Seid schon ein richtiger Junge. Bist du ein Mann oder eine Frau? Digga, wie höre ich mich an? Wie ein Mann, aber du siehst ein bisschen aus wegen deinen Nägeln wie eine Frau. Ich mach Track Queen. Ach so, so wie Cindy aus Marzahn und so. Nein, nicht, doch, ne? Diese andere, diese... Olivia Jones meinst du. Olivia Jones meinst du, genau. Und das machst du als Hobby oder was? Ja, genau als Beruf. Ach so, wie verdienst du damit? 180 Euro in der Woche. Stark. Und wo machen wir das so? Musst du zur Ausbildung machen oder wo gehst du hin? Ja, also ich mach Auftritte. Also jetzt in Corona Zeit eh nicht. Aber ich mach halt auch YouTube Videos und so. Und damit verdienst ich jetzt auch mein Geld und Fotos und so. Nice. Und wie bist du darauf gekommen? Durch Freunde oder was? Ne, ich bin da irgendwie selber drauf. Keine Ahnung. Ich hab gesagt, ich würde das machen. Und ich probier's aus und hab's gemacht. Und seitdem. Und du warst grad auf dem Auftritt oder machst du dich grad fertig? Wegen deinen Nägeln oder trägst du die auch so privat? Nein. Ich mach Bilder nachher noch auf Insta deswegen. Ach so, wie heißt du bei Insta? Warte, ich schreib's da rein. Ja, machen wir. Interessiert gar nicht. Tschüss. Kann man dich buchen? Kann man dich buchen jetzt oder nicht? Was machst du denn? Halloween Erschrecker oder was machst du? Wer macht erstmal Head Glitch? Ah, machst du Cosplay, ja? Shish. Shish? Shish. Shish. Kennst du das nicht? Ne. Dafür bin ich, glaube ich, zu alt. Wie alt bist du denn? 23. What the fuck? Du siehst aus wie 17. Stabil. Danke für das Kompliment. Was heißt denn Shish? Shish ist, ähm, das ist neu. Keine Ahnung. Ist das neu? Ja, dann erzähl mal, wenn es neu ist, dann musst du ja wissen, was das ist. Ja, also das sagt jeder. Äh, wie soll man sagen? Also, ähm, also, warte, ich verleg' gerade, wie man das erklären kann. Ähm, so zum Beispiel, jemand disst dich und dann hält man so die zwei Finger an den Ellenbogen und ruft Shish oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, ob man das, ähm... Also, ich werde gedisst, halt meine zwei Finger so an den Ellenbogen und dann Shish. Nein, 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 andersrum, andersrum, andersrum. Wie andersrum? Nimm mal deine zwei Finger. Ja. Streck deinen Arm aus. Also, wie den anderen. Ja. Und jetzt tust du die zwei Finger in die Mütche. Hier oder was? Ja, ja, ja. Und dann sag ich Tschüss, Digga. Hä? Was ist das für ein Scheiß? Keine Ahnung. Und wovon, wo kennst du das? Von TikTok. Aber auch von Oplafen. Nämlich, Weezy New. Oh, was? Twitch? Alles. Alles, perfekt. Guck bei mir auch mal vorbei. Scheiße, Ninja. Ninja. A little Greek. Also, ja, ja. A little Greek Ninja. Also, kein griechischer Ninja. Okay, Jungs, check den jungen Mann hier mal auch mal ab. Oh, der Brie. Was geht? Tschüss. Einfach Level ab, Hintergrund. Magst du jemanden für mich grüßen? Auf korrekt. Okay. Grüß mal bitte Lunatic und Majestus. Nicht sehr schaden. Lunatic und Majestus. Habe ich schon gemacht gerade. Hey, du hast nichts verstanden, hast du gesagt. Otto, habt ihr das gemacht? Nein, er lügt einfach. Bist du dumm? Nee. Oh Gott, hey. Sag nochmal. Habe ich gerade gesagt? Ja, wäre sehr geil. Wer bist du? Ich bin der Wiz. W-I-W-Z. Wer bist du? Ich bin der Gott der Mächtige. Sag was. Magst du jemanden für mich grüßen? Gott der Allmächtige. Ach Gott, ich muss mein Lord machen. Was? Magst du jemanden für mich grüßen? Gott der Allmächtige. Äh, ja. Ja, sehr nett. Grüße haben wir sie vor mir. Majestus Heritage. Wenn du das aussprechen kannst. Okay. Ja, hau raus. Okay. Hallo? Tschüss. Ohne Talent. 2021, das hören wir uns jetzt an. Talent jetzt, Leute. 泥. 逆. ALLEN HÄDRY. drafts of? No, didn't stop. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 oder wie oder mit o hat sich interessant dann mal weiter so